So, es dürften alle von hier drinnen gewesen sein. Erstmal was trinken, Heilung, wichtig. So, futtern wir noch eine Keule. Gebratenes Fleisch von vor 25 Tagen hinterher. Ich glaube, so lange sind wir noch nicht im Spiel. Es dürfte jetzt Tag 19, Tag 20 sein, sowas in der Dreh. Ich wollte gar nicht in die Höhle. Böses Vernichten. Krass. Hm, dann gehen wir doch mal durch die Höhle. Hm, dann gehen wir doch mal durch die Höhle. Gorn wartet natürlich draußen. Ich hoffe, der steht dann noch auf der Treppe. Rennt nicht schon vor. Gorn. Jawohl. Ach, hier wird Fackel? Hahaha, okay. Hey, hör auf, Skelett. Gah! 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 So, fein. Hätten wir das auch erledigt. Oh, nochmal eine Kiste. Gibt es auch einen Teleportstein für Gotha oder bloß für Vengard hier irgendwo? Bestimmt auch für Gotha. Ich glaube wirklich für jedes Dorf oder jede Stadt gibt es irgendwo einen. Ich werde nicht abgeneigt, wenn wir die alle suchen und finden. Ach! Ach so, das ist der Teleportstein zum König direkt. Ok. Krasse Scheiße. Hier. Ja. Teleport zum Tempel von Vengard. Ok. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre direkt der für Gotha. Na so ein Zufall. Hahaha. Wieder durch Zufall den Teleportstein gefunden. Oh! Da ist noch ne Kiste. Ach komm schon! Ist doch kein Kampf. Ok, also den Teleportstein, den haben wir schon, den Dämon haben wir dann nicht vernichtet. Oh, ein Bett, da pennen wir direkt mal drin, bis zum nächsten Morgen, damit hier wieder Tag wird. Sehr gut, gut geschlafen, einmal gestreckt und weiter geht's. Wir müssen noch den Dämon finden und der Teleport für Gotha wäre natürlich nicht verkehrt, falls es einen gibt, bin ich mir nicht mehr sicher, ob Gotha auch seinen eigenen Teleportstein besaß. War ich jetzt hier schon drin? Ne, ne? Wir hatten die angegriffen direkt. Ah, guck mal, Teleportstein. Ha! Das, ja genau, das ist Gotha, stimmt. Ja, jetzt erinnere ich mich, der hatte so einen Totenkopf drauf. Das ist ja nett. Da hätten wir eigentlich alles erledigt und können wieder abhauen. Außer halt, na gut, der Dämon, der haustier noch irgendwo. Den vermöbeln wir gleich noch. Huch. Knüppel. So, Gorn, ich komme. Halt. Achso, das war das Lagerfeuer, was gerade angezeigt wurde. Oh, Gorn prügelt sich schon fleißig. War da die denn auf einmal hergezaubert? Fliegen wir einfach mal mittendurch. Besten Gorn erstmal helfen. So richtig treffen will ich den Zombie auch nicht. Noch ein Skelett, noch ein Zombie. Bleib hier. Gorn. Was? Fuck. Alter, ist das der Zombie? Der Dämon meine ich. Ich trinke mal ein Schluck. Ich hoffe, Gron geht nicht drauf. Okay, ein bisschen Schaden hat er schon gemacht. Feuerschwert, nice. Nicht schlecht. Guter Move. Level Up. Maximale Lebensenergie plus 50. 50.000 Gold wert. So, und von diesem Dämonen hatten jetzt diese 20 Orks da unten Schiss oder was? Huch. Hab ich gedacht, er wäre schon tot. Auch ein Skelett. Hey, lass das Schwert draußen. Dem hast du es gezahlt. Ein Mistvieh weniger. Der Dämon von Gotha wird niemanden mehr Angst machen. Ha. Du hast es wieder mal geschafft, was? Ich kann nur für uns beide hoffen, dass du nie deinen Meister findest, mein Freund. Was wirst du jetzt tun? Ich werde versuchen, Gotha wieder aufzubauen. Sind genug Menschen da draußen, die eine Bleibe brauchen? Lass dich nicht töten, mein Freund. Wer schadet drum. Mit dir macht die ganze Scheiße immer noch am meisten Spaß. Wenn du mich als Waffengefährten brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Schön. Sehr gut. Also, Gon baut Gotha wieder auf. Mach das mal ein Päuschen. Ach so. Ach so. Soll ich noch den Rest mit dem hier klar machen, oder was? Leuchtet ein. Ach komm. Ich war doch viel früher dran. Oh, wieder eins von diesen Fischern. Dem hast du es gezeigt. Oh, Skelett. So. Das war es mit dir, du Mistvieh. Ne, das waren noch nicht alle. Da hinten in der Hütte ist nämlich noch einer. Gut, dann nehmen wir uns mal die Hütten hier nach und nach vor. Schau dir diesen Schlamassel an. Das war mal eine stolze Paladinburg. Dämonenjagd und Grund. Okay, super. Das ist jetzt auch beendet. Jetzt geht er seinem Weg nach. Ach. Ich kann in den Korb reingucken. Ach genau, wer hat ja diesen einen Ring gefunden, der schweineteuer ist. Oder war das die Halskette? Nö. Ah, hier. Plus 50 Lebensenergie plus 10 Ausdauer brauchen wir eigentlich nicht. Stärke plus 5. Nehmen wir den nochmal. Da haben wir 544 Lebensenergie jetzt. Könnten wir nochmal schön steigern. Das ist super. Oh, was haben wir denn hier? Eine kleine Goblinbeere von der haben wir echt genug. Aber Grundstöckel fehlen. Ach, Kron kloppt sich dann noch mit dem einen Zombie. Ich geh mal schnell hin. Sag mal. Dem hast du es gezeigt. Jawohl. Hab ich. He he. Ah, noch einer. Händen sie noch mehr. Kron macht das schon. Er wird schon nicht sterben dabei. Oh, schöne viele Kisten. Ah, noch eine. Mann, Kron, was machst du denn? Kann doch nicht so schwer sein. So. So. Okay, wir müssen dann auf jeden Fall auch in Okara Bescheid sagen, dass wir den Teleportstein für Vanguard gefunden haben. Dem hast du es jetzt. Das wäre richtig. So war es das jetzt endlich mal hier. Das ist bloß ein Pult. Oh, eine Alztruhe. Unmögliche Schlösser. Die können wir noch nicht knacken. Das wäre vielleicht auch mal was für die Zukunft. Halt. Aha. Fehlt gar nicht so viel für das nächste Level direkt. 20 Lernpunkte haben wir noch. Wollen wir mal schauen. Ach, bloß ein Pult. Oh, schade. Ich dachte, wir können noch mal altes Wissen oder Alchemie oder so auffrischen. Buchständer. Hier. Oh, hier. Goldpokale. Als er bei Belia sah, was die Diener Innos taten, schrie er vor Zorn. Und ein Wesen von uralter Macht hörte seinen Ruf und erhob sich aus der Erde. Und andere große Wesen mit ihm. Und eine Schatulle. Schmuck. Geschmeide. Noch ein Schmuck. Einmal Schmuck, bitte. Viel Gold. Oh, ja. Meine, 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 meine. So, der Thron. Setze ich mich jetzt mal nicht rein. Da hat schon so ein ekelhafter Org drin gesessen. Dann gehen wir doch mal da hoch. Tja, dann wäre das mit Gotha schon erledigt. Das ist natürlich nicht verkehrt. Das ging schneller als gedacht. Aha. Ins Oberstübchen. Cola. Ich denke, Gotha ist damit erledigt. Fiese Statue. Ach, jetzt hockt er erst mal hier. Kann ich noch mal mit ihm reden? Oder kommt er bloß, komm mit? Ja, kommt nur, komm mit. Und wir bleiben mal sitzen. Futter erst mal halt. Hier oben können wir noch mal hoch. Hier oben können wir noch mal. Hier oben können wir noch mal hoch. Ja. Da oben können wir noch mal richtig fahren. Dann lassen wir noch mal das mal ein bisschen. Okay. Und dann können wir noch mal holler und nicht kommen... Wir gehen mal hier drauf. Dann können wir noch mal hier drauf. Dann können wir noch mal hier drauf. Ja. Dann kann ich das mal zu machen. doch noch mal ein paar drohen in der mitte könnten wir auch noch mal zum kleinen turm empor steigen gehen wir gleich noch mal hin erstmal hier plündern geht es noch mal hoch oh ja sogar noch höher genau der turm hier vorn noch ein gold pokal sehr gut schade vielleicht gehofft dass hier irgendwo noch mal ein feuerkelch rum steht halt gedacht da ging es noch mal rein noch mal zwei schatullen sehr gut bin glaube ich auch 75 gold pro schatulle nichts gut dann wäre das erledigt wir teleportieren uns noch nicht raus lag noch was rum genau hier hat man noch gekämpft ja durch noch keine zeit aufzuräumen ich helfe mal grund dabei so das schild noch und dann dürften wir wirklich ja ein großteil wenn ich sogar vielleicht alles hier abgearbeitet haben in gotha dann müssten wir nach okara dort bescheid geben dass wir den teleport gefunden haben oh hier liegt noch was der teleport für vengard in die hauptstadt ich weiß nicht ob wir den orcs hier unten bescheid geben sollen können wir machen doch wenn wir den dämonen besiegt wir müssen ja nicht sagen dass wir den teleport stein gefunden haben mal schauen ob sie sie uns abkaufen der dämon von gothas geschichte verschwinde mora und verbreite deine lügen woanders das dann leck mich das sagst du okay mit denen kann ich auch nicht weiterreden dann müssten wir erstmal nach silden und von dort aus nach okara laufen das sieht super das hier war selben das hier war selben können wir zu hart durchgreifen haben wir bald keine skatten mehr boah wo bin ich denn ich muss mich gerade orientieren, wo haben sie mich jetzt hier raus, ah ja ok, ah ok, gut, gut, gut Notmar, gefährliche Notmarruhe, wo die Rebellen alles abfangen Vielleicht ist ja das gute wertvolle Eisenerz in Okara in der Hülle schon wieder nachgereift, wie sagt man da, zusammengebimst, ich weiß es nicht Ach, ach 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 so gleich geschafft großteil des weges haben wir schon hinter uns da kommt lauf speicher nicht das was passiert ist fast einmal abgestürzt aber das war glaube ich meine eigene schuld weil ich irgendwie raus getappt bin ich das gemacht hatte ich gehe jetzt hier mal den offiziellen weg hier runter vielleicht liegt ja hier direkt irgendwo ein teleport stein rum okara teleport vielleicht liegt hier vorne noch irgendwo eine kiste rum oder so hier ach nee echt ohne scheiß wie geil direkt auf den stein ok super das doch mal nett ok klasse da haben wir doch bisher überall was war hier oben ach so jetzt da oben die zauberwurzel angezeigt obwohl die echt von mir war so kann ich jetzt hier noch mal ran oder da ist nichts zu holen immer noch nicht ich glaube aber die dinge kommen auch nach einigen tagen wieder so roland die untoten in gotha sind besiegt bei inos endlich ist der flug der schamanen gebannt der dank aller aufrechten männer dieses landes ist dir sicher fremder nimm dieses gold als bescheidenen tribut von uns allen du wirst es brauchen um gotha wieder aufzubauen die stadt soll wieder in seinem alten glanz erstrahlen sprich mit schon er soll alles nötige veranlassen ich habe ein teleport stein der zur hauptstadt vengard führt dann benutze schnell sprich mit dem könig ok da noch mal mit schon reden das war der ganz draußen wenn ich mich nicht irre wir waren alles bloß rebellen die mich komisch eingeklotzt haben ach hier guck mal rufus ich weiß man ich weiß der bauer rufus hat eine nachricht für euch sehr schön er hat sich an neuigkeiten aus monterra dank der dass er heil hier angekommen ist freund ach warte mal scheiße doch da war ja so mittendrin hier in der höhle noch mal ein so ein typ der immer gepennt hat na warte mal hier in der höhle war doch noch einer mit dem namen warum wächst du mich gibt was zu tun freundchen aufstehen wir sollen gotha wieder aufbauen gut ich werde nach gotha gehen und kümmere mich darum allerdings brauche ich gold dafür mindestens 1000 gold münzen gut dass wir im 2000 bekommen haben hier hast du 1000 gold für gotha danke man das wird reich ich mache mich sofort an die arbeit ruf bei den rebellen schon 37 also der zischt jetzt ab nach gotha sehr gut dann mach aber auch mal los freundchen ich will was sehen und wir tja da ist nichts zu was machen wir denn eigentlich wir könnten noch nach faring gehen das ist auch nisch ja ja genau ach ich idiot nach vengard mein gott schon wieder vergessen aber erstens beim nächsten mal mein aufnahme ründchen endet jetzt hier deswegen auch die etwas längere folge heute so der düst jetzt endlich mal los weißt du eigentlich was das für eine plackerei ist eine ganze stadt wieder aufzubauen nicht meckern machen mach komm ich will was sehen wenn ich da in 5 minuten mich hin teleportiere ne 5 minuten nicht die aufnahmerunde von mir ist vorbei und bedanke mich wieder für das zusehen und ja schönen tag noch bis zum nächsten mal und haut rein ciao